Ja, wir haben heute eine Debatte gehabt über die Regionalplanfortschreibung. Das ist sozusagen die Planungsgrundlage für den Regierungsbezirk. Die Stadt Düsseldorf musste anmelden, welche Flächen sie in Zukunft in den nächsten 15 Jahren für Bauland haben will, welche Freiflächen, Grünflächen. Da gab es eine Verwaltungsvorlage, die war insgesamt eigentlich okay, hat auch eine Mehrheit gefunden. Wir haben aber einen Ergänzungsantrag gestellt und haben gesagt, die Wohnungsbaureserven, die wir haben, die reichen nur noch fünf Jahre und wir müssen eigentlich jetzt auch gucken, dass wir in der Stadt, bei der Fortschreibung vom Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf, eben auch schauen, wo wir die zusätzlich notwendigen Wohnungsbaureserven herkriegen. Es hat keine Mehrheit gefunden, weil Schwarz-Gelb sagt, das würden sie schon machen und es gab stattdessen eine sehr nervige Diskussion über steigende Mietpreise, was die CDU bestreitet. Sie stellt sich auf den Standpunkt, es ist alles so gut, wie es ist und es soll sich nicht ändern. Ein bisschen schade, aber die werden das schon merken, dass da noch andere Zeiten kommen. Vielen Dank.